Wir treffen uns ja hier in einem Moment ganz großer Trauer und wir haben zum Anfang der vielen Toten gedacht. Toten Türken, jüngst in Ankara, Toten Franzosen, Toten Libanesen, aufgrund der grausamen Anschläge der letzten Tage. Es gibt völlig wahllos ausgewählte, unschuldige, zivile Opfer in immer größerer Zahl, weil Menschen unter uns unterwegs sind, die möglichst viele andere Menschen töten wollen und töten, und das, indem sie den Islam als Religion in den Schmutz ziehen. Mich beeindruckt sehr, dass die Menschen über Europa hinaus zusammenstehen, dass sie sich dagegen wehren, dass Terroristen versuchen, uns unsere Art zu leben, frei, demokratisch, sozial zu leben, ändern wollen, die uns verändern, verängstigen, zwingen wollen, nach ihren Vorstellungen zu leben. Und ich finde es höchst erfreulich in diesen Tagen, dass es den Terroristen nicht gelingt, gereben zwischen Muslime, Christen, Juden, Atheisten, Humanisten zu bilden, sondern dass die Christen, die Muslime, die Juden, die Atheisten, die Humanisten zusammenstehen gegen die Feinde der Freiheit. Und gerade in dem von mir vertretenen Land, in der Präsidik Deutschland, bekennen sich in diesen Wochen unzählige Menschen zur bunten Republik Deutschland, zu einem friedlichen Zusammenleben unterschiedlicher, unterschiedlicher Hautfarben, unterschiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Religionen. Es ist ein Bekenntnis für Pluralität, für Vielfalt, für Offenheit, eben für die bunte Republik Deutschland, in der auch Minderheiten gleiche Rechte haben und in der auch Minderheiten ihre Möglichkeiten haben, zum Beispiel ihre Religion auszuüben und zu pflegen. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, hieß es überall bei unseren Vätern und Müttern nie wieder Krieg. Man hat die Vereinten Nationen gegründet, um Kriege in Zukunft besser zu verhindern. Man hat die Europäische Union gegründet, die Vereinigten Staaten von Europa auf den Weg gebracht und wollte Konsequenzen ziehen. 70 Jahre später ist man doch mehr als ernüchtert, wenn man Bilanz zieht in dieser Welt und sieht, dass wir heute wieder so viele Flüchtlinge haben in der Welt wie zuletzt 1945, 1946, 1947. Im Moment sind 60 Millionen Menschen ihrer Heimat beraubt auf der Flucht vor totalitären Systemen und vor Kriegen. Und, das sage ich bewusst, für mich ist die Europäische Union nicht in erster Linie Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eine Wertegemeinschaft. Für mich ist die Europäische Union eine Gemeinschaft, die aus den Abgründen des Ersten und Zweiten Weltkrieges die Konsequenz gezogen hat, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist. Die Menschenwürde am Anfang steht, weil die Menschen von Allah, von Gott, von Jaffe geschaffen sind, weil die Menschen eben Schöpfung sind und deswegen die Schöpfung von allen zu respektieren ist. Und diese Menschenwürde ist nicht an Christentum und Judentum gegründet, sondern die ist universell. Das sind die universellen Menschenrechte, auf die sich die Staaten der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Menschenrechtskonvention verständigt haben. Nur, dass diese Konvention der Menschenrechte in immer mehr Ländern, in immer mehr Teilen der Welt mit Füßen getreten wird. Von Mali über Nigeria, Libyen, Ägypten, Jemen, Libanon, Syrien, Irak. Überall ist die Situation, mich jedenfalls, der Kinder hat, zutiefst beunruhigend. Und ich sage mir, als jemand, der aus der Stadt Osnabrück kommt, in Osnabrück hat man den Frieden geschlossen, 1648, nach 30 Jahren Krieg in Europa, der religiös begründet war, zwischen katholischen Mächten, evangelischen Mächten. Das Christentum hat Teil der Kriege mitgebildet und zu verantworten. Damals ging es um die Vorherrschaft in Europa und 30 Jahre lang wurde der Kontinent verwüstet und der europäische Boden ist blutdurchdringend. Aber dann hat man Frieden geschlossen, einen Friedensvertrag geschlossen, der bis heute Wirkung entfaltet. Und ich denke, damals haben alle zusammenstehen müssen, um diesen Frieden herzustellen. Und diesmal müssen alle Mächte der Welt, die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die Arabische Liga, der Golfkooperationsrat, die Afrikanische Union, alle müssen zusammengezwungen werden, sich auf einen Frieden für Syrien beispielsweise zu verständigen. der dann auch international kontrolliert wird, damit mit dem Morden, mit der Grausamkeit Schluss gemacht wird. Und jeder Einzelne auf dieser Welt und jeder Akteur auf dieser Welt muss sich zuerst fragen, bin ich Teil der Lösung der Probleme oder bin ich Teil des Problems? Und angesichts der Ernsthaftigkeit der Lage eines Dritten Weltkrieges, den doch viele von uns für undenkbar gehalten haben, ist wirklich wichtig, dass wir allesamt uns bemühen, Teil der Lösung zu sein, als Teil des Problems. Und hier ist gesagt worden, je mehr Krisen es gibt, desto wichtiger wird die Türkei. Das mag richtig sein. Aber dann gehört zum Bild auch, dass je mehr Krisen es um die Türkei herum gibt, umso mehr in Europa Angst haben, was die Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union dann bedeutet. Das gehört dann zur Ehrlichkeit. Wir sind hier unter Freunden. Und ich will nicht hier eingeladen werden, weil die Türkei Europa braucht und sie brauchen mich nicht, weil Europa die Türkei braucht. Sondern ich möchte geliebt werden und ich möchte die Türkei lieben können. Und dann brauche ich sie vielleicht auch. Aber vor allem soll es eine Liebeshochzeit werden und keine sozusagen Zwangsheirat aus Not geboren, eine Zweckheirat, die da hier diskutiert wird zwischen Türkei und Europa. Und natürlich gucken die Leute, wer sind die Nachbarn der Türkei? Armenien, Ukraine, Russland, Iran, Irak, Syrien, Zypern, Georgien, Aserba. Ich sage nichts mehr dazu, als nur Nachbarn, nicht alle, nicht mal alle Nachbarn aufzuziehen. Dann sage ich mir, was können wir tun, um hier zu einem stärkeren Miteinander zu kommen, der Türkei und seiner Nachbarn. Wie können wir dazu kommen, dass es im Nahen und Mittleren Osten eine Situation gibt wie in Europa? In Europa ist es ausgeschlossen, dass ein Mitgliedsland der Europäischen Union gegen ein anderes Krieg führt. Es ist ausgeschlossen. Die Grenzen sind offen, wir tauschen uns aus wie niemals zuvor. Und für Europa jedenfalls meine ich ausschließen zu können, dass es in Europa wieder innerhalb der Europäischen Union einen Krieg gibt. Und wenn hier angesprochen wurde, die Kreuzzüge im Mittelalter, und jetzt kämen die Menschen zurück nach Europa, und das sei quasi die Antwort auf die Kreuzzüge, dann ist es insoweit richtig, wie es hier auch der Sprecher gesagt hat, die Menschen wollen Freiheit. Die jungen Leute in Tunesien, wo sich vor fünf Jahren jemand verbrannt hat, wollen Freiheit. Nein. Die akzeptieren nicht, dass es dort Systeme gibt, die nicht legitimiert sind, die nicht demokratisch gewählt waren, die keine Autorität hatten, wo die Armeen nicht die Bürger schützen, sondern die Armeen, die herrschenden, schützen. Das wollen die jungen Leute nicht, weil sie über soziale Netzwerke weltweit verbunden sind und nicht nur Wohlstand, sondern vor allem auch Teilhabe, Freiheit wollen im Maghreb in Nordafrika. Und sie wollen Freiheit in Syrien, sie wollen nicht unterjagt werden, sie wollen nicht keine Perspektive für ihre Kinder sehen, sie wollen nicht auf diesem blutdurchdringten Boden dort jetzt leben, sondern sie wollen ins christlich, abendländische und zunehmend muslimische Europa. Denn bei uns leben 14 Millionen Muslime, und in Berlin leben mehr Muslime als Katholiken. Ich bin katholisch, von mir, von meiner Religion gibt es in Berlin, in unserer Hauptstadt, weniger als Muslime. Das heißt, wir sind eine kulturelle Vielfalt, wir haben Moscheen, wir haben Synagogen, wir haben christliche Kirchen, wir sind stolz darauf, dass diese religiösen Gotteshäuser nebeneinander und miteinander kommunizieren. Und das ist nach meiner Meinung die einzige Chance für diese Welt, das Miteinander, das Konvivare, das Zusammenleben in Respekt. Wenn wir alle Menschen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen, nämlich mit Respekt und Wertschätzung, sind die meisten Probleme gelöst. Respekt vor dem Glauben anderer, vor der Glaubensauslegung anderer. Ein Nehmen und Miteinander von Schiiten, Sonniten, Aleviten, von Christen, Juden, dieses Miteinander muss die Zukunft sein. Die multikulturelle Gesellschaft und nicht die Monokultur, nur die ihresgleichen, seinesgleichen und die anderen vertreiben, anderswohin, wie das in manchen Ländern verfrucht wird. Es ist eine wirklich bittere Erfahrung, die Europa hier gemacht hat, nach Kriegen, die Deutschland gemacht hat. Bei uns sind sechs Millionen Juden vernichtet worden, ermordet worden, weil sie Juden waren durch Deutsche im Zweiten Weltkrieg. Deswegen sagen wir Deutschen, niemand darf einen Nachteil haben, bei dem, was er glaubt und wie er den Glauben auswirkt. Das kann nicht vorgeschrieben werden, was Menschen zu tun und zu lassen haben, sondern das ist die individuelle, die persönliche Freiheit. Und das sind sehr emotionale Ergebnisse der Aufklärung. Immanuel Kant, Aufklärung, die sozusagen sagt, es ist den Menschen auch vorbehalten, zu interpretieren, auszulegen, klüger zu werden, nutzen andere einzubeziehen. Der preußische König hat 1740 am 22. Juni an den Rand eines Papiers geschrieben, jeder soll nach seiner Versorgung glücklich werden, und wenn wir immer mehr Muslime in unserer preußischen Armee haben, müssen wir für die auch Moscheen bauen. Selbstverständlich brauchen wir Moscheen nicht in Hinterhöfen, sondern in den Zentren der Städte. Aber Conor Adenauer war ein sehr toleranter Katholik. Der hat als CDU-Vorsitzender als erstes einen evangelischen Arbeitskreis gegründet, weil er gesagt hat, wir Katholiken sind zu viele, und in Deutschland gibt es auch die evangelischen, also müssen wir innerhalb der CDU einen evangelischen Arbeitskreis haben, hat der Katholik vorgeschrieben. Finde ich auch für die Türkei nicht ganz uninteressant. Und dann hat der Kölner Katholizismus, der ist relativ liberal, hat gesagt, wenn die Türken kommen und hier arbeiten im Rheinland, und wir haben noch keine Moscheen für die Türken, dann müssen sie im Kölner Dom nach Mekka beten dürfen. Und dann hat der Verantwortliche für den Kölner Dom in den 60er Jahren den Kölner Dom der Katholiken, eines der Heiligtümer, geöffnet, um in Mekka zu beten und den Glauben auszuheben. Das war eine liberale, tolerante Entscheidung von sozusagen rheinischen Katholiken wie Adenauer, und die machen mir Mut, dass wir mit solchen Gesten das Miteinander von misslieben Christen und Juden von Europa und der Türkei befördern. Und dafür setzt sich die Kölner Dom nach Stiftung ein. Ich beglückwünsche Sie auch zu den 30 erfolgreichen Jahren hier in der Türkei, mit allen Höfen, Höhen und Tiefen. Und Sie machen hier viel bei der Ausbildung von Journalisten. Sie fördern Frauenunternehmertum. Sie bilden Imame weiter, um sie auf Deutschland vorzubereiten, mit Dianet. Das sind tolle Programme, wo ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg wünsche. Und ich hoffe, dass Ihre Arbeit nirgendwo behindert oder eingeschränkt wird, sondern dass Sie hier frei als zivilgesellschaftliche Nichtregierungsorganisation arbeiten können. Warum liebe ich die Türkei? Warum bin ich so optimistisch im Hinblick auf die nächsten Jahre? Weil ich so viele Türken kennengelernt habe, deren Familien Sinn, deren Gastfreundschaft, deren Arbeitssinn, deren Multikulturalität, deren Erfahrungen. Jemand, der bei uns lebt als türkischstämmig, der hat zwei Kulturen kennengelernt, deutsche und türkische Kultur. Der hat zwei Sprachen kennengelernt. Der hat Bewegung gezeigt, Flexibilität gezeigt. Der hat Enthusiasmus für sein Heimatland Türkei. Das bleibt ja die Türkei. Und für sein neues Heimatland, die Brüssel in Deutschland. Es sind ganz einzigartige Beziehungen, dass Millionen Menschen bei uns Arbeit gefunden haben. Inzwischen Millionen Deutsche hier den Urlaubsort gefunden haben. Übrigens, die Arbeitnehmer sind bei uns geblieben und oftmals gute Deutsche geworden. So mancher Urlauber bleibt jetzt hier in der Türkei und fährt nur noch mal gelegentlich nach Deutschland zurück. Und viele, die in Deutschland Deutsche geworden sind, kehren in die Türkei zurück. In Istanbul gibt es 3000 Menschen in der Liste des deutschen Stammtisches. Das sind Türken, das sind Deutsche, jedenfalls 3000 türkischstämmige Deutsche und Türken, die in die Türkei zurückgekehrt sind, weil sie sagen, ich will wirtschaftlich auf beiden Seiten aktiv sein. Und das sind Brücken, das sind Bindeglieder zwischen unseren Ländern von ganz großer Wertigkeit. Die wirtschaftliche Dynamik der Türkei beeindruckt uns. Es ist außergewöhnlich, was die Türkei in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschafft hat. Und Sie, Herr Jemers, haben mit vielen Reformen, dreimal als Ministerpräsident und als Außenminister, wesentlich dazu beigetragen, dass heute noch Früchte geerntet werden von Bäumen, die damals in ihrer aktiven Zeit gepflanzt wurden. Das waren große Veränderungen, große Modernisierungen. Infolge von Atatürk, 1923 dann mit der Staatsgründung, mit modernem, lebendigem Islam, aber auch einem modernen Staatsverständnis. Und von der Türkei hängt extrem viel ab. Wenn Ihr Modell glückt, Demokratie und Islam, Pluralismus und Islam, Vorgang des staatlichen Rechts vor dem religiösen Recht der Scharia, wenn Islam und Rechtsstaat gelingt, dann ist das ein Modellfall, ein großes Modell für die ganze Welt, die ja sehr, sehr muslimisch ist. 1,6 Milliarden Muslime auf dieser Welt, das werden immer mehr. Wenn Indonesien glückt, wenn Tunesien glückt, die Türkei glückt, wenn es nicht glückt, dann habe ich Sorge. Wenn man in islamisch geprägten Ländern es als Minderheit, als Christ schwerer hat, als wenn man Moslem ist, dann habe ich Sorge, weil ich nun mal kein Moslem bin. Auch wenn ich, wie Sie gesehen haben, auf Titelseiten von deutschen Zeitungen mit Gebetskäppchen als Moslem beschrieben worden bin. Ich gelte in Deutschland als Moslem, aber ich bin Katholik und auch wenn die Zeitungen manchmal anderes berichten, bin ich jedenfalls noch nicht konvertiert zu Islam. Ich möchte, dass meine katholischen Brüder die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Religion auszuüben bei uns, aber auch in der Türkei. Hier ist das Christentum gegründet worden. Ich bin Ehrenbürger von Tarsus, das ist der Geburtsort von Apostel Paulus. Also das Christentum in Kapadokien als Bestandteil der Türkei zu bestreiten, wäre historisch nicht durchzuhalten. Und deswegen setze ich mich hier auch dafür ein, dass die Orthodoxen ihre Priester hier ausbilden können. Denn wie soll der griechisch-orthodoxe Glaube in der Türkei eine Zukunft haben, wenn er keine Priester ausbilden darf? Und ich habe in Deutschland dafür gesorgt, dass islamische Religionslehrer ausgebildet werden. Und ich bin auch der Meinung, dass bei uns Imame ausgebildet werden müssen in Deutschland, damit nicht alle Imame aus der Türkei entsandt werden müssen, sondern auch einige Imame in Deutschland ausgebildet sind, in deutschen Moschee. Das trägt zum Zusammenwachsen von Deutschland und der Türkei ganz wesentlich bei. Ich sehe dieses Riesenpotenzial der deutsch-türkischen Freundschaft. Sie sehen es in Ankara, damals hat Atatürk Städteplaner, Architekten eingeladen, Wissenschaftler eingeladen, die die Universitäten mit ausgebaut haben. Wir sehen es auf dem sportlichen Gebiet, auf dem kulturellen Gebiet. Wir sehen es im Alltag. Ich habe bei der Geburt, der heiligen Geburt des seligen Propheten Mohammed, in Köln vor 18.000 Deutschen gesprochen, muslimischen Glaubens. Und der türkische Botschafter hatte Tränen in den Augen, weil der vor Jahrzehnten als kleiner Junge erlebt hat, wie er als Moslem eine Minderheit war und gar nicht stattfand im gesellschaftlichen Leben. Und damals sozusagen als Moslem völlig fremd in Deutschland, steht dieser türkische Botschafter heute vor 18.000 Landsleuten, türkischen Deutschen, als Muslime, die die Geburt des Propheten Mohammed gemeinsam feierlich begehen. Und unser Eins darf da sprechen. Und wir sind da Freunde. Und da verändert sich Deutschland, und zwar zur Positiven, mit all den Einflüssen, die die Türken nach Deutschland gebracht haben, über die Filmmannschaft mit Fatin Akin, über die Literaten, die Autoren, die Theatermacher, die Intendanten. Und hier in der Türkei schreiben Söfi, Livanelli und andere Autoren mit der Selenade für Nadja Bücher, die vor dem Hintergrund auch der deutschen Geschichte reflektiert sind. Und es sind die persönlichen Begegnungen. Ich kann Ihnen positiv sagen, die Ausländerfeindlichkeit ist dort am größten in Deutschland, wo es keine gibt. Und da, wo es viele Türken gibt, gibt es auch wenig Ausländerfeindlichkeit, weil man sich kennt, weil man sich schätzt. Mich hat als 16-jährigen Jungen eine Familie Akurek aus der Türkei, aus Anatolien eingeladen, in meiner Stadt Osnabrück. Und die haben gesagt, wir werden hier auf Dauer leben, wir haben viele Kinder, viele Enkelkinder, wir wollen unsere Kultur zeigen und wir wollen die Deutschen kennenlernen, wir laden sie ein. Deine Stadtfreundschaft. Und heute gibt es in meiner Heimatstadt einen Akurek-Platz zu Ehren dieses verstorbenen Herrn Akurek, der eben ein Musterbeispiel war für Integration, Integrationsbereitschaft. Und das sind die Dinge, die uns emotional zusammenführen, verbinden und nach vorne weisen. Wir haben so viele Kulturaktivitäten in Tarabia, in Istanbul, die Kulturinstitute, Goethe, die Sprachförderung gegenseitig. Welche Länder haben diese Verknüpfung wie die Türkei und Deutschland? Millionen Menschen. Es gibt kein Land der Welt, wo ich angesprochen werde auf eine Präsidentschaft. Nur in der Türkei. Auf offener Straße. Da sagt der Monteur auf der Fähre von Bursa, Sie sind doch der und der, ich muss Ihnen mal das und das sagen. Das heißt, die Türken nehmen Anteil an deutscher Innenpolitik und wir nehmen natürlich extrem Anteil an türkischer Innenpolitik. Und da gibt es natürlich die Gefahr von Missverständnissen. Sie verstehen manches bei uns nicht, ich verstehe manches hier nicht. Das ist natürlich eine große Gefahr von Missverständnissen gegenseitig, weil man so viel übereinander hört, man so viel voneinander weiß. Und ich komme vorhin nach meiner Rede, ich habe das jetzt so ein bisschen auf das türkische Sprichwort, wer alles weiß, weiß gar nichts. Super Sprichwort der Türken, vielleicht komme ich da noch drauf auf Türkisch. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir können gar nicht genug voneinander werden und Verständnis füreinander erwerben, um wirklich zum Punkt türkisch-deutscher, fester, fundierter und türkisch-europäischer Beziehungen nun endlich zu gelangen. Es gibt da immer wieder merkwürdige Vorgänge, wo ich mich dann frage, warum? Es gibt die Sternstunden deutscher Archäologie. Troja, Ephesos, Hatusha, Göbelki, Tepe, 12.000 Jahre alte Kultur. Da haben auch Deutsche gebuddelt und gegraben. Jetzt höre ich an diesen Orten, weil ich ja nur ständig in ihrem Land unterwegs bin, jetzt diskutieren sie da, sie wollen die deutschen Schriften wegmachen, auf den Hinweisschildern. Sie sagen, türkisch-englisch reicht für die Welt. Und außerdem wollen wir gar nicht mehr so diese deutsche Geschichte mit den deutschen Archäologen. Wir wollen eigentlich auch unseren türkischen Kindern sagen, das haben alles die Türken alleine ausgebuddelt. Da sage ich mir, das kann man so machen. Die Türken können sagen, deutsch überall streichen auf den Hinweisschildern. Eigentlich müssen sie dann aber auch verstehen, dass ich mich darüber ein bisschen ärgere. Weil ich natürlich stolz bin, wie die Türken stolz sind, Türken zu sein. Ich meine, das ist ja ein großes Thema. Es gibt nichts Schöneres als Türke zu sein, da liege ich sowieso schon in der zweiten Liga. Aber wenn sie dann akzeptieren als stolze Türken, dass ich stolz darauf bin, dass unsere deutschen Archäologen immer neugierig waren, wie Humboldt und andere immer rumgefahren sind und gesammelt haben, fotografiert haben, aufgeklärt haben, unterwegs waren in Samoa, in Südamerika, dass ich stolz bin auf meine deutschen Archäologen und traurig bin, wenn sie da jetzt diskutieren, dass das Deutsch auf den Hinweisschildern für die Touristen gestrichen wird. Das sind so Dinge des Miteinanders, wo wir einfach als stolze Nationen inzwischen auf gleicher Augenhöhe agieren. Die Türkei ist eine wirtschaftlich extrem wichtige Macht geworden. Sie ist eine politisch extrem wichtige Nation, weil bei ihnen was glückt, dass es Vorbild für andere oder bei ihnen was schief geht und dass es eine Gefährdung für andere. Das heißt, die Wichtigkeit der Türkei, die brauchen Sie nicht mehr zu betonen und zu erkämpfen, die ist bekannt, Sie sind Mitglied von G20, sondern jetzt können Sie sich ein bisschen zurücklehnen und gelassen sagen, wichtig sind wir schon, jetzt müssen wir die Wichtigkeit auch nutzen zum Wohle des Ganzen. Also mein Appell ist, ein bisschen über die Schlachten der Vergangenheit hinaus und eher darüber diskutieren, dass man zu den Schälern Deutsch, Englisch, Türkisch, noch Chinesisch und sonst was dazu fügt, als dass man da irgendwas wegnehmt, weil man irgendwas aus der Vergangenheit streichen will. Die heutige Türkei hat tausende Jahre ein Miteinander der Kulturen und darin liegt ein großer Auftrag der Türkei. Ich habe mitgewirkt am Handbuch Christlich-Islamischer Dialog der Universität Ankara. Ein super Handbuch, ein super Lexikon, wo man den Dialog führen kann. Was ist denn dringlicher als der Dialog zwischen Christentum und Islam? Manche hier wollen das nicht und sagen, nee, nicht so viel mit den Christen aus Deutschland, das verunsichert uns hier in der Türkei, wir wollen lieber unter uns bleiben. Diese Signale gibt es leider, mit denen muss man sich auch auseinandersetzen, mit diesen Signalen. Immerhin ist das Handbuch, das Lexikon, das Staatsgeschenk von Präsident Erdogan an den Heiligen Vater Papst Franziskus gewesen. Das macht mir dann Mut, dass dieses Handbuch der Universität Ankara, ich muss das ja mal erwähnen, derart gewürdigt wird, dass es das Staatsgeschenk war. Die hier erlebten Diskussionsbeiträge, die machen uns doch glücklich, die machen uns doch hoffnungswohl. Das waren doch vier Beiträge hier vorweg und die Rede von Herrn Jelmas, wo Menschen mit Interesse an deutscher Sprache und deutscher Kultur einen solchen Kenntnisstand haben, dass wir darauf die Zusammenarbeit aufbauen können. Das ist Ergebnis vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, von Erasmus-Programm, von Alexander von Humboldt-Stiftung, jetzt der deutsch-türkischen Jugendbrücke. Und natürlich will ich Liberalisierung der Visa erteilen. Natürlich will ich, dass die Schüler und Studenten aus der Türkei viel leichter und unproblematischer nach Deutschland kommen können. Das ist kein kleiner Schritt, vor allen Dingen Gefahren ihrer Nachbarländer, aber es ist ein wichtiger Schritt. Der Wissenschaftsbus der Max-Planck-Gesellschaft hatte alleine in Konya über 100.000 Besucherinnen und Besucher. Es waren vor allem Schüler und Schülerinnen und Studenten, die Interesse an Deutschland haben. Und bei uns ist das Interesse an der Türkei groß. Deswegen bin ich ja auch stolz, dass ich mit Abdullah Gül den Grundstein für die Deutsch-Türkische Universität in Istanbul gelegt habe, wo ich morgen im Übrigen mein Buch mit Abdullah Gül auf Türkisch, in türkischer Sprache vorstellen darf, um das gegenseitige Verständnis, um den Dialog zu verstärken. Und es gibt so viele Felder, wo wir zusammenarbeiten können, wo wir Missverständnisse vermeiden können, wo wir Freundschaft entwickeln können, wo wir uns gegenseitig verstehen können, immer auf gleicher Augenhöhe, immer mit einem Grundansatz, den anderen nicht nur zu respektieren, sondern auch wertzuschätzen und zu mögen. Wir sind natürlich verschieden. Die Deutschen lieben den Konsens, die haben so viel Streit erlebt in den letzten 100 Jahren, dass die heute den Konsens mögen, das Zusammenarbeiten, die große Koalition. Und Türken lieben im Grunde genommen den Kampf der Fußballvereine in Istanbul und Trabzor und andere, die dann damit eingreifen und sehen es ein bisschen offenbar als polarisierender. Also ihr großer Schriftsteller Roman Pabuk hat ja immer wieder gesagt, ich liebe mein Land, in dem ich meinen Staat kritisiere. Dafür wiederum wird er stark kritisiert, weil man angeblich sein Land nicht kritisieren dürfe. Aber man darf seinen Staat auch mal kritisieren, wenn es dem Wohle des Ganzen dient. Aber Kritik ist oft sehr, sehr heftig vorgetragen. Ich habe hier viele Politiker gefragt, wie oft geht ihr denn abends zusammen essen, wenn die Nationalversammlung vorbei ist? Wie kommt ihr denn zusammen von AKP und CHP und MNP und der Kurdenpartei? Und dann erlebe ich immer, man kommt nicht so oft zusammen, man sitzt nicht so oft zusammen, auch nicht mal heimlich zusammen, um mal so ein bisschen atmosphärisch zu sehen, das sind alles Menschen. Das sind ja alles Menschen, motivierte, engagierte Menschen, die Vertreter, die sich für eine Nationalversammlung wählen lassen, immer mit der Gefahr, wieder abgewählt zu werden. Da möchte ich, dass wir Deutschen ein bisschen gehört werden, dass wir bei uns auch miteinander kämpfen. Jeder will die Wahl gewinnen. Aber dann auch nach der Wahl wieder zusammenarbeiten, weil dann der Wahlkampf vorbei ist. Ich habe großen Respekt vor der Leistung der AKP und gratuliere den politischen Vertretern der AKP zu 50 Prozent bei einer solchen gewaltig hohen Wahlbeteiligung. Das ist Ausweis von gefestigter Demokratie. Aber in der Demokratie muss man auch auf Mehrheiten rücksichtigen, aber auch auf Minderheiten zugehen. Und man muss Mehrheiten respektieren, aber Mehrheiten müssen auch Minderheiten ernst nehmen. Und ich wünsche mir einfach, am Ende meiner Ausführungen, dass wir ein bisschen uns verstehen lernen, was die Deutschen sich von der Türkei wünschen und ein bisschen zuhören, was die Türkei sich von Deutschland wünscht. Ich habe das jetzt aufgenommen, was man sich alles von Europa wünscht. Und deswegen darf ich hier am Schluss den Punkt sagen, was ich mir von der Türkei wünsche. Ich wünsche mir, dass die Türkei 2023, 100 Jahre nach ihrer Staatsgründung, eine der führenden Wirtschaftsnationen dieser Erde ist, weiterhin ein Stabilitätsfaktor in einer hoffentlich ruhiger gewordenen Umgebung ist, mit einem ganz vorbildhaften, lebendigen Islam die Menschen beeindruckt. Und dass diese Türkei viele Freundschaften zu ihren Nachbarn ausgebaut hat, viel Versöhnung innerhalb der Nachbarschaft mitbewirkt hat. Dass man gemeinsam auch innenpolitisch nach vorne schaut, dass man sich fair und aussöhnt, auch innerhalb des Landes. Und dass man sich an europäische Standards angewöhnt. Und da ist in Deutschland natürlich die Beobachtung von Pressefreiheit, von Meinungsfreiheit, von einem Diskussionsklima, wo kein Journalist fürchten muss, persönlich Repressalien zu erleben, wenn er kritisch schreibt, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich schließe mit dem Satz, und den meine ich ganz ernst, ganz persönlich, ganz menschlich. Ich bitte meine türkischen Freunde, enttäuschen Sie die vielen, vielen Freunde in Deutschland der Türkei nicht. Denn die Freunde der Türkei in Deutschland, die wünschen sich halt eine solche prosperierende, demokratische Entwicklung der Türkei. Mit Frieden nach innen und Frieden nach außen, weil das unser Wirken für die Türkei besonders erleichtert. Und andere Signale, gerade den Freunden der Türkei, die Arbeit unnötig erschweren. Jetzt haben Sie sechs Beiträge heute gehört, die ganz viel Deckungsgleichheit haben und manche kleine Nuancen Unterschiede haben. Und das, finde ich, ist wahrhaft Freundschaft. Dass alle sagen, was sie denken, alle sagen, was sie erlebt haben. Und Herr Jelmers hat ja Jahre erlebt, die ich nur aus der Zeitung kenne, weil sie doch zwei, drei Jahre älter sind als ich. Und ich erlebe jetzt aktuell ein Deutschland, das die Türken mag, das dankbar ist für die vielen Türken in unserem Land, die unserem Wohlstand gedient haben und die unsere Kultur bereichert haben. Und deswegen bleibe ich ein Freund der Türken und bleiben Sie Europa und Deutschland gewogen. Vielen Dank. Vielen Dank.